Ah, Excel, gute Besserung. Muss ich direkt mal loswerden. Excel hat eine Ohrenentzündung und die ist mehr als bedenklich. Er musste zum Arzt oder Krankenhaus, wie auch immer, und sich das Ohr da praktisch aussaugen lassen. Also die haben da mit Spezialgeräten oder so das Ohr dann, ja, heftig. Ja, die Sonne scheint noch im Hintergrund. Excel, ich schicke dir ein bisschen Sonnenschein, damit du schnell wieder gesund wirst. Das sah ja echt heftig aus und als ich das in deiner Story sah, tja, ich weiß nicht, also da musste ich selbst schlucken. Nee, sowas hatte ich noch nie. Diese Ohrenentzündung, die sich auf den ganzen Kopf oder auf dein ganzes Ohr ausstrahlte, dein Ohr anschwoll. Nein, nein, das ist nicht, das ist nicht die feine englische Art, das ist nicht okay. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Ja, was siehst du da? Ja, der Hund, ein bisschen, der Hund muss ja raus, die Sonne scheint noch und hier ist ein Pferd. Ja, Excel, ein bisschen Natur, geh doch mal in die Natur, vielleicht hilft es. Das wäre auf jeden Fall gut und ich sehe, der Weg ist frei, dann wirst du wieder gesund. Und ja, gute Besserung, Excel, kann ich nur sagen, Excel 95 und was mache ich jetzt? Ich werde jetzt hier noch durch die Sonne gehen und dann wieder zurück und dann bin ich auch wieder zu Hause im Studio und kann fleißig Hits produzieren. Gute Besserung, Excel. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert mich.